UNTERTITELUNG Ich wurde eingeladen und gehe ganz fremdisch. Mit fremdisch, wo ich kein Mensch hatte, wo ich nicht wüsste, wo das für mich war. Ich fuhr doch an, und in meinem Kopf dachte ich, was wird das sein? Ich kann bloß mit einem von den Lehrern sprechen. Wenn ich das tun werde, dann fällt mein Ding ab. Ich sage, fahr dich. Ich habe zwei Mann und eine Stunde die Fertigungen geführt. Und ich habe gewonnen so ein Kippen. Ich kam hier und ich sage, wo ich ein paar Mann stehen, er fahr dich auf. Ich begrüßte ihn, und so sagst, wo der Lehrern wir. Ich vertalte ihn mit ihm. Und so sagen, wo ich meine Menschen, ich habe. Ich mein sehen, dass wir den Anfahrten fahrt und den Anfahrten für die Unkars, ich habe mal ein paar Mann verteilt, und dann habe ich ihn, das ist wie ein anderes Jahr, was ich gewarnt werde. Das wenig ich werde, was ich im Ziel gesagt habe, hat besonders gut sein für die Menschen, die vielleicht im Trinken sind, die Menschen vielleicht an Drugs sind, die Menschen wollen ein schlechtes Leben führen, aber auf einen Ehren zu kriegen. Und der Lehrer sieht mich, von dem aus sowas wollen nicht alle Christen hier sein, von dem aus sowas wollen nicht alle Menschen hier sein, was Gott lieben. Hier wollen verschiedene Männer sein. Und ich habe ihn nennen, und ich dachte, ich dachte, wo ich sei. Und wenn ich nicht lerne, dann wollte ich gern, dass ich so ein Fan vertreten kann, so ein Fan vertreten, wenn ich von Motorcycles rede. Und ich sehe kein Motorcycle. Und einer sieht dort ist Mina, und einer sieht dort ist Mina, und dort knackt. Wir können Fan vertreten. Und ich kann ihm mitbekommen, wo ich jetzt arbeite, in der Mission, und da bin ich von vorne oben durch. Und wenn ich dir nicht lerne, dann höre ich durch eine ganze Gruppe Menschen. Und ich höre ganz oben, in der Erhorchten, mit alles, was ich für ihn zu sein habe. Ich habe mir gedacht, und Paulus sagt, den ersten Korinther Kapitel nicht verständlich. Er sagt, wenn ich wieder Jüden sehe, dann sehe ich aus dem Jüde. Wenn ich wieder Herden sehe, dann sehe ich aus dem Herd. Ich stelle sich an für die Menschen. Und ich habe mir gedacht, dass ich höre ich selbst. Und ich habe mir gedacht, dass ich nicht weiß, wo ich du sein will, dann rede ich von meinen Schickern in den Worten ab. Die Erhorchten, die ich zu sein habe. Wofür? Wenn wir mit ihm reden, besonders in einer anderen Kultur? Denn wer wird ihn so merken, was ich sehe? Der soll so denken, der soll so singen, der soll so tun, der soll so tun, der so gleiche, weißt du nicht, was der Bibel lehrt? Das wichtig ist, das Evangelium nicht. Wenn du jemanden trafst, eine andere Person, wenn er vielleicht anders redet, anders denkt, anders singt aus dir, merkt sicher, dass der wichtig Punkt ist, Gott sich in Wut mitzunehmen, dass er von Jürgen mitzunehmen und nicht brauche die Menschen anders zu merken, oder so zu merken, wie ich sie. Und Punkt sehen, wo ihr connectet, wo sie überräumt, und von der Anfang mitzunehmen mitzunehmen. Wenn ich brauche die Menschen zu ändern, wenn sie sagen, dann wird es allmählich und ich kann dir geben. Und wenn jemand gesagt hat, die ist ein Arsch, das ist falsch, was sie tun, dann wird ein 14. gemerkt. Und bei einem Punkt, wo wir können anfangen vom Wort herreden, nämlich oben oben, und wir können mitzunehmen. Da wenn Punkt siegen, wenn die Menschen mit verloren sind, wo ich aber das von Jürgen mitzunehmen und mitzunehmen, und der Harchen, und ich glaube, den wir Gott führen. Bis zum nächsten Mal.